Für meine Core-Level-Design-Challenge baue ich heute eine große Stadt mit Hochhäusern. Als erstes habe ich ein Straßenlayout für die Stadt erstellt. Da kann man auch schon drauf rumlaufen. Als nächstes gab es einen Boden, damit ich da verschiedene Häuser drauf platzieren kann. Das Coole ist, dass man da sogar überall reinlaufen kann. Ich habe dann noch mehr Häuser in die Welt geparkt und in die Ecke kam dann zur Abwechslung noch eine kleine Villa mit so einem Zaun. Dann noch ein paar Bäume und andere Details wie Ampeln und Autos und meine 30 Minuten sind auch schon wieder um. Man kann durch die ganze Stadt laufen und sogar mit den Autos rumfahren. Was soll ich als nächstes bauen?